Ich habe Harald Bärenfänger als Redner erlebt und kann nur sagen, seine Performance ist einfach überraschend. Jeder Moment ist spannend und wissensreich. So müssen Vorträge sein. Harald Bärenfänger hat in seinem Workshop Körpersprache und Stimme alle Teilnehmer gleich in den ersten Minuten abgeholt. Er schafft es innerhalb kürzester Zeit eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, die von Vertrauen und gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist. Mit Hilfe der Seminare von Harald Bärenfänger konnte ich meine Selbstdarstellung und mein Auftreten als Unternehmer nachhaltig verbessern. Ich habe ja schon viele Seminare bei Harald besucht und bin auch durch die Bank begeistert und will ihn auch immer uneingeschränkt empfehlen. An Harald Bärenfänger schätze ich seine ganz besondere Verbindung von Klarheit, Einfühlungsvermögen und Professionalität. Und ich freue mich sehr, dass er bei uns als Männercoach mit im Team ist. Die Arbeit mit Harald Bärenfänger war mit einer der besten Investitionen, die wir hier bei der Online-Marketingagentur in der SPÖs gemacht haben. Seit der Zusammenarbeit und dem Coaching mit Harald ist die interne Kommunikation, der Spaß im Team und auch der Umgang mit Konflikten viel, viel besser geworden. Die Arbeit macht mehr Spaß und totales Plus. Harald kann ich nur empfehlen. Wir hier bei Gräberkommunikation, wir legen sehr viel Wert auf Vielfalt, weil wir glauben, dass unsere Teilnehmer davon am meisten profitieren. Und das fängt natürlich schon mit der Trainerauswahl an. Und der Harald Bärenfänger, der ist schon eine besondere Trainerpersönlichkeit. Was er macht, macht er sehr professionell. Und alle unsere Teilnehmer, die ihn hier bei uns erlebt haben, im Seminar oder in unseren Ausbildungen, die sagen auch, man muss ihn wirklich mal live erleben. Denn jeder braucht einen Bären. Denn der Verwendung hat mir gekämmert, weil was sie vor�지olf象 da war und besser. Denn der Verwendungen hat das Thema über Gräberkommunikation und der chicар Anybody irgendwo nah